Was geht ab, meine lieben Dampferinnen und Dampfer und willkommen zurück zu DampftiDAS. Ich drehe dieses Video gerade zum zweiten Mal, obwohl ich es komplett fertig gedreht habe mit 17 oder 18 Minuten, denn ich habe vergessen, den Klinke-Stecker, also den Kopfhörer-Stecker, von meinem Mikrofon in mein Aufnahmegerät zu stecken. Somit habe ich keinen Ton aufgezeichnet. Sehr schön. Ich habe mich schon gefragt, warum hier die Grafik nicht ausschlägt, wenn ich gegen das Mikrofon klopfe. Da dachte ich mir, okay, vielleicht hat es heute keine Lust, weil wenn ich geredet habe, hat es ausgeschlagen. Dann dachte ich mir, okay, wird schon passen, wird schon aufnehmen. Egal. Bevor ich anfange mit dem heutigen Video, gibt es zwei Sachen zu klären. Zunächst habe ich ein paar Leute vergessen zu erwähnen. Ja, Leute, das ist manchmal so, wenn man diese Sachen so öffentlich dann kundtut, so ich habe von ihm das bekommen und der war da und dann den einen oder anderen auslässt, ohne böse Absicht, dann kann diese Person gekränkt werden, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Deswegen erstens, lieber Orkan, mein Freund seit über 30 Jahren, vielen Dank für die coolen Luchest-Gutscheine. Die werde ich heute einlösen. Ich bin so gespannt, was für geiles Nerdzeug drin ist. Liebe Anna, natürlich auch vielen herzlichen Dank für die geilen Superman, besser gesagt das Glas, die Espresso-Tasse, mit dem Schlüsselanhänger, ab und mit seiner Superman-Figur. Und ich werde dann beim nächsten Video wahrscheinlich die restlichen noch aufzählen. Günther habe ich ja schon gesagt, mit so coole Sachen dabei. Unter anderem den Kaifu und Prime auch, habe ich bekommen von ihm mit jeglichem Zubehör. Und London steht auf dem Tankschiff, finde ich sehr, sehr cool. Cool wäre es gewesen, wenn Istanbul drauf gestanden hätte, aber das gibt es, glaube ich, gar nicht. Sei es drum. Ihr seht übrigens, der Bart wächst. Bis zur Messe in Stuttgart werde ich den wuchern lassen. Das habe ich auch in den Kommentaren bekommen, weil ich gesagt habe, ich muss mal hier die Dame meines Herzens fragen, was sie von der Idee hält, dass ich meinen Bart wuchern lassen will. Dann kam gleich, ja, bist du im Gefängnis? Oh mein Gott, armselig, dass du da deine Frau fragen musst um Erlaubnis. Leute, das ist überhaupt nicht armselig. Sowas nennt sich Kompromiss. Natürlich frage ich sie, was sie davon hält, ob sie das okay findet oder ob sie es total hässlich findet. Mir ist ja auch wichtig, wie sie aussieht. Und sie fragt mich auch im Rat, soll ich meine Haare jetzt blond machen oder auf einmal kurz schneiden oder eine Glatze rasieren? Verbieten tut keiner was, aber man kann doch den Partner wenigstens fragen, was er davon hält. Gut, wenn sie Nein gesagt hätte, hätte ich es trotzdem gemacht, weil ich es schon im Livestream gesagt habe und dem Goran von Kapkas versprochen habe, dass ich ihn bis zum Mai wuchern lasse. Aber sei es drum. Leute, kommt doch nicht mit so einem Macho-Gehabe dann in den Kommentaren. Wahrscheinlich musst du, derjenige, der das geschrieben hat, sowieso bei allem um Erlaubnis fragen und darfst gar nichts mehr zu Hause. Deswegen meinst du in den Kommentaren so. Egal. So, und des Weiteren habe ich auch vergessen, den lieben Adi zu erwähnen. Der hat sich natürlich mitbeteiligt an dem Geschenk von den lieben Dampftubern. Obwohl er ja ein Steam-Team-Mitglied ist und kein Dampftuber ist, ist er natürlich bei uns jederzeit herzlich willkommen und gehört mit zur Familie. Was ich auch vergessen habe, da war nicht nur das Dönergerät, sondern guckt mal, die haben mir 24 Dosen davon gekauft. Ich nenne es ja Wochenvorrat, viele andere Monatsvorrat. Ja, ich stehe ja so auf Superman. Und auch, liebe Dani, ein herzliches Dankeschön an dich für diese tolle, süße Karte. Ja, ein Hund. Ich stehe ja auf Superman und ich stehe auch wahnsinnig auf Hunde. Ich habe ja selber eine süße. Vielen Dank für die tolle Karte. Die wird definitiv mit in die Box der coolen Karten kommen, die ich habe. Ich sammle diese Karten. Ja, sowas sollte man nicht wegschmeißen. Das sind schöne Erinnerungen. So, das nächste Wichtige ist, herzlichen Glückwunsch an all die, die Karten gewonnen haben. Die fünf Namen der glücklichen Gewinner blende ich jetzt für euch ein. Falls ihr da drauf steht, ihr habt das wahrscheinlich sowieso schon gemerkt oder werdet es merken, weil ich auf eure Kommentare geantwortet habe. Deshalb mache ich jetzt heute, während ich das Video schneide. Herzlichen Glückwunsch zu euren Tickets für die Münchner Dampfermesse, die Pure Vape, jetzt am Wochenende. Ganz wichtig, Leute, weil die Messe schon am Samstag und Sonntag stattfindet, habe ich euch geantwortet. War euer Name jetzt zu lesen? Schreibt mir bitte über die Nachrichtenfunktion bei YouTube. Ihr müsst da auf meinen Kanal klicken und dann könnt ihr mir eine Nachricht senden. Schreibt mir bitte sofort eure E-Mail-Adresse, dass wir euch die Tickets zuschicken können, denn das passiert alles auf dem digitalen Wege. Die Karten sind elektronisch. Ihr könnt diese einfach auf dem Smartphone zeigen oder ausdrucken und mitbringen. Lest aber nochmal auf dem Ticket, was da steht. Nicht, dass man sie wirklich ausdrucken muss und das auf dem Smartphone nicht geht, was ich mir nicht vorstellen kann. Musste so kurz und knapp passieren, denn ich musste wirklich alles in Bewegung setzen, um diese Tickets für euch organisieren zu können. Denn die Messebetreiber haben natürlich auch wahnsinnigen Stress. Hier übrigens liebe Grüße und vielen Dank an den lieben Wookie, dass ich diese Karten bekommen habe, um sie den Zuschauern schenken zu können. Coole Sache. Dann gehen wir, würde ich sagen, mal weiter zum heutigen Video. Denn heute geht es um einen RDA. Ich brauche jetzt kurz einen Schluck Superjuice. Wäre cool, wenn es einen Liquid geben würde in dem Design, oder? Aber ich glaube, da muss man sich dann erst von Warner Brothers und so die Lizenz holen und von DC Comics. Sonst würde ich gerne einen Liquid rausbringen, das so aussieht. Superjuice würde ich es wahrscheinlich sogar nennen. Cool. Geschmackssorte. Blau, Rot, Gelb. Was könnte man da machen? Blaubeeren, Kirschen und Zitronen. Einfach fruchtig. Könnte funktionieren. Oder einfach Kryptonit-Geschmack. Gibt es das? Wenn ja, will ich wissen, wie das schmeckt. Aber ja, werde ich wahrscheinlich auch schwach und verliere meine Kraft. Heute geht es um den Mace RDA aus dem Hause Ample. Ihr seht schon auf der SX Mini Limited Gold. Ja, Limited ist sie gar nicht. Die heißt zwar Limited. Total blöde Marketingstrategie. Mich regt sowas ein bisschen auf. Wenn man das Ganze Limited nennt, dann ist es gar nicht limitiert auf eine bestimmte Stückzahl. Sieht natürlich phänomenal aus, diese Kombi. Kann ich nichts dagegen sagen. Einfach nur geil. Ich habe in diesem Tröpfler jetzt Coils rein von einer Box, die ich euch auch unbedingt mal zeigen möchte. Das ist die 6 in einem Coilbox von Geek Vape. Ihr seht, da habt ihr 6 verschiedene Coilsorten drin. Je nachdem, bei manchen Coils mehr, bei manchen Coils weniger. Ich habe auch schon welche rausgenommen. Hier ist auch das Fach schon leer. Das war die Clapseption Coil. Genau, die Clapseption Coil habe ich übrigens in meinem derzeitigen Lieblings-RTA, in dem Fancier RTA von Ewell, bombastische Coil. Wollt ihr euch bloß mal gezeigt haben, sowas ist immer mal einen Blick wert. Als Watte benutze ich, die habe ich euch auch schon empfohlen, aber dennoch kriege ich andauert Nachrichten, wie heißt nochmal die Watte, die du so toll findest, obwohl sie unter jedem Video verlinkt ist. Liebe Leute, ich sage es immer mal wieder. Die SuperSorb Cuttencord, die verlinke ich euch auch in Deutschland natürlich in dem Shop. Die müsst ihr nicht aus Übersee bestellen, die könnt ihr direkt aus Deutschland ordern. Denn das ist einfach ein ganz langer Strang. Der passt bei 20, 25 und 30er Coils locker rein. Super tolle Sache, einfach abknipsen, zusammendrücken und durch. Ihr habt so viel weniger Arbeit und das ist wirklich Luxus. Deswegen zahlt man halt ein bisschen mehr, um weniger Arbeit zu haben. Wenn es dir das wert ist, check's aus. Des Weiteren habe ich als Liquid drin von Dr. Keros ja hier das neue Design. So sieht die Flasche mittlerweile aus, der Vanillepudding, den ich so unglaublich feiere. Und ihr ja auch, habt ihr mich ja schon wissen lassen. Könnt ihr auch unten auschecken, wenn ihr Bock drauf habt. Übrigens wird diese Flaschen auch in meinem 50.000 Abospecial, das bald kommt. Ja, ich organisiere noch ein paar Giveaways für euch. Wird es auch von diesen Flaschen einige zu gewinnen geben. Die werde ich mit reinpacken. So, der Mace RDA. Ich ziehe jetzt erstmal, wir schauen uns die Dampfentwicklung auf 97 Watt an. Hören uns mal das Geräusch des Tröpflers an, warum ich das wohl sage. Gucken mal, ob der, oder ich schmecke mal für euch, ob der auch geschmacklich stark ist und konkurrieren kann mit vielen anderen Tröpflern. Und dann erzähle ich euch ein bisschen mehr über die Details von dem Gerät. Ich zeige euch das Deck genauer. Und so weiter und so fort. Los geht's. Halbzeit. Elf Meter. Ich befinde mich direkt vor den Coils mit der Airflow. Gehe ich jetzt ein bisschen weg von den Coils, nur minimal so ein Millimeter. Hört ihr mal so. Nicht reden beim Dampfen. Hört ihr schon, es wird vom Geräusch etwas besser. Etwas besser. Ich habe mit der Airflow gearbeitet. Auf und zu. Ich habe die Coils hochgezogen, runtergezogen. Ich habe zwei. Ich habe nochmal den schwarzen und ich habe diesen goldenen. Beide machen bei mir genau diese Geräusche. Und das ist für mich ein absolutes No-Go. Wir haben hier oben eine Chuff-Cap. Hier haben wir die Airflow und genauso auch auf der anderen Seite die Off-Öffnung. Ihr seht, das Design ist mega, mega cool. Die Airflow hat auch so ein bisschen so ein, ja, ein Karo- oder Diamant-Stil. Wir können die Top-Cap natürlich abnehmen. Hier sehen wir das Deck mit den extrem riesengroßen Madenschrauben. Und die Öffnung für die Coils ist genauso breit wie die Madenschrauben. Also so gut wie ihr seht es, genauso groß sind die Öffnungen. Leider Gottes teilen sich beide Posts oder beide Coils jeweils ein Loch auf der jeweiligen Post. Dieses System mag ich gar nicht, denn ihr müsst beide Coils gleichzeitig fixieren. Somit müsst ihr in beiden Coils eine Wickelhilfe eingesetzt haben, damit diese sich nicht verformen und verbiegen. Hier geht es noch relativ leicht für dieses System, weil die Öffnungen so groß sind für die Coils. Aber bei Velocity-Decks, die zum Beispiel nur eine Öffnung haben, die eigentlich nicht wirklich Velocity dann sind, ganz schlimm. Aber hier geht es, aber absolut nicht optimal, eher suboptimal. Dafür haben wir eine große Liquidwanne immerhin und die Madenschrauben sind schön fett. Schlitz mag ich trotzdem nicht. Ich hätte viel lieber Kreuz gehabt hier, weil da greift einfach der Schraubendreher besser, weil hier kann man immer wieder links, rechts rausrutschen. Es meckern auf hohem Niveau, aber ich mag einfach Schlitzschrauben nicht. Dann möchte ich noch dazu sagen, dass dieser Tröpfler ein 25,5 mm an der dicksten Stelle Tröpfler ist und ja, unten auf jeden Fall 25 mm hat. Seid ihr also dessen bewusst, wenn ihr diesen auf eine Squonkerbox oder auf eine Tube setzen wollt, dass dieser auch 25 mm aufnehmen kann. Was ich positiv hervorheben muss, definitiv ist, dass ein Squonk-Pin mit dabei ist bei dem RDA. Das ist super, allerdings wiederum negativ, dass kein normaler Pluspol mit dabei ist. Das ist der einzige, der ist schon mit drauf, wenn ihr diesen Tröpfler erhaltet. Somit wird der Positive auch gleich wieder negiert, weil gleich der negative Punkt mitkommt. Des Weiteren ist der komplette Lieferumfang, das hier. Ein scheiß Schraubendreher, den niemand benutzen wird. Zwei Madenschrauben immerhin und Dichtungsringe. Aber weder Watte noch Coils mit dabei. Das finde ich ziemlich schade. Es sollte immer, immer eine Coil oder Coilt in dem Fall zwei und Watte mit dabei sein, weil viele, die gerade damit anfangen mit Tröpflern und so weiter, die haben das Equipment noch gar nicht komplett zu Hause. Nicht immer, aber viele. Ja, und die bestellen sich dann Tröpfler, denken sich, ja, ich will das mal ausprobieren. Bestimmt toll mit so einem Tröpfler. Dann kommt das Ding an, es ist Samstagabend, 21 Uhr oder Sonntag und man hat nichts zu Hause und denkt sich, toll, da ist ja gar nichts dabei. Die 5 Cent mehr sollte jeder Hersteller investieren, um da zwei halbwegs vernünftige Coils zumindest mit Watte mit einzupacken. Ein dicker Daumen nach unten, dass der Lieferumfang so spartalisch ist. So, geschmacklich ist auch da dieser Tröpfler für mich nur knapper Durchschnitt. Ich würde den Geschmack zwischen 2- und 3 bewegt er sich hier, was für einen Tröpfler schon unterirdisch ist, ja. Falls ihr einen Tröpfler wirklich sucht derzeit, der eine Bottomfeeder-Pin, also einen Squonk-Pin mit dabei hat, empfehle ich euch definitiv den Mesh-RDA von VandyVape oder den Puls24-RDA von VandyVape. Ja, es sind beide von VandyVape und beide sind einfach Spitzenklasse. Oder den Athena-Tröpfler von GeekVape. Ich werde euch alle drei Alternativ-Tröpfel auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Könnt ihr dann mal vergleichen und auschecken und gucken, was euch gerade da interessiert. Von mir bekommt nämlich der Mesh-RDA leider keine Empfehlung. Warum nicht? Denn das Einzige, was ich wirklich positiv hervorheben kann, ist die Optik und der Squonker-Pin. Also könnt ihr ihn euch wunderschön auf eine Squonker-Box draufschrauben, ja, und ins Regal stellen, weil benutzen würde ich den nicht mehr und werde ich auch nicht tun. Schade, denn so hätte mir das Kit tatsächlich sehr gut gefallen. Ich habe vier verschiedene Coils, unter anderem die Demon Killer Clapton Coil, also den Clapton Rational Coil gemacht. Ich habe Kantal Coils rein, Edelstahl Coils und jetzt eben diese Braided Irgendwas Coil von GeekVape. Und alle haben mich geschmacklich enttäuscht und waren in anderen Tröpflern deutlich stärker. Das ist, glaube ich, hier der Airflow verschuldet. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, mir gefällt dieser Tröpfler nicht. Schade, denn, ja, hätte man ihn ein bisschen besser gebaut, wäre es auf jeden Fall ein cooles Ding gewesen. Auch das Drip-Tip ist ein bisschen arg groß. Guck mal, mein Finger passt da rein. Ich komme zwar nicht bis zur Coil, weil es konisch ist nach unten, aber ein bisschen groß. Man kann es auch nicht auswechseln, es ist kein Adapter dabei. Ihr seht schon, ich kann mich damit nicht anfreunden. Auf jeden Fall für mich ein No-Go-Tröpfler. Schade. Falls euch das Video dennoch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Falls nicht, dann halt einen Daumen nach unten. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid und weiterhin mitbekommen möchtet, wenn ich ein neues Video hochlade. Ansonsten seht ihr mich in meinem nächsten Video oder jeden Donnerstag im Livestream. Das werde ich jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Ihr wisst ja, was da abgeht. Und ansonsten vergesst nicht zu checken, ob ihr gewonnen habt und schreibt mir dann bitte über YouTube eine Nachricht, damit ihr eure Tickets bekommt. Ich wünsche euch was. Euer Dampfdias. Macht es gut. Bis zum Wochenende. Bye.